Erleben Sie Ihr Fotobuch in einer völlig neuen Dimension. Gestalten Sie Ihre Erinnerungsfotos interaktiv mit Videos und Slideshows oder kommentieren Sie Ihre Bilder mit Ihrer eigenen Stimme. Hier befinden Nancy und ich uns in einem Nationalpark. Es war mörderisch heiß. Mithilfe der zukunftsweisenden Augmented Reality Technologie erweitert unsere App digital Ihre persönlichen Erinnerungen. Und macht so Ihr gedrucktes Fotobuch zu einem multimedialen Erlebnis auf Ihrem Smartphone oder Tablet-PC. Dazu wählen Sie in Ihrer Fotobuchsoftware einfach das gewünschte Motiv aus und laden danach die dazugehörigen Video- oder Audiodateien in Ihren persönlichen Online-Speicher. Unsere App erkennt in Ihrem Fotobuch die ausgewählten Motive und startet daraufhin die zugehörigen Videos, Slideshows oder Audiokommentare über Ihr Smartphone. Ich habe immer einen Schnitzel gegessen und Papa hat ganze Potato schon angegessen. Per Mail können Sie Freunde und Verwandte einladen, Ihre persönlichen Fotobücher mit der App interaktiv zu erleben und sie sogar nachzubestellen. So wird Ihr gedrucktes Fotobuch zum lebendigen Multimedia-Archiv für Ihre Erinnerungsvideos und Sprachkommentare. So haben Sie Ihre Fotos noch nie erlebt. So hat die